Die waren gestern angemeldet, das ist eine politische Versammlung. Sie verletzen das Versammlungsrecht. Nach Artikel 21 haben die Parteien politisches Recht. Das ist irre als ihr. Das sollten Sie wissen. Ihr solltet echt mal die Gesetze lesen. Demonstration im Berlinverbot von der Berliner Polizei bzw. von der Versammlungsbehörde der Berliner Polizei. Ja, das war rechtswidrig. Das war rechtswidrig. Das ist eine Gesinnungspolitik. Themen. Es geht nicht um Virus, sondern um Themen. Also wenn wir jetzt Thema Schwulhaben oder so, dann dürfen wir demonstrieren. Dann können wir auch kein Virus verbreiten. Das ist ja keine Rechtsgrundlage, was ihr da habt. Das ist ja absolut strafbar. Wer hat das angemeldet? Das ist ja Wahnsinn. Der Polizist hat gerade gesagt, es geht um Themenbezogenheit. Das hat er sich ja gerade entlarvt. Gesinnung, also die Gesinnung ist hier praktisch ausschlaggebend, ob ein Virus hier ist oder nicht. Okay, das haben wir verstanden, gell? Das haben wir verstanden. Das live raus. Leute, habt ihr das mitbekommen? Okay, jetzt hat jemand mal echt die Wahrheit gesagt. Jetzt hat er einmal die Wahrheit gesagt. Das ist doch interessant. Das ist doch interessant.